Ich wünsche mir Tore. Ich wünsche mir einen Aufgabenbereich für Salja Micec. Ich wünsche mir eine Vitrine für die Trophäen. Ich schenk nur Sachen, die man braucht. Bitte einen neuen Trikotsponsor. Und vielleicht ein Trikot, was passt? Ich wünsche mir Akzeptanz. Zwischen den Menschen? Nee, für mich. Es ist eigentlich egal, was du mir schenkst. Hauptsache was mit Itch. Ein Platz im Mittelfeld. Nichts Besonderes. Eigentlich bin ich Wunschluss glücklich dieses Jahr. Aber ich wünsche mir die Meisterschale. Dass alle Menschen das Grundgesetz befolgen. Ich wünsche mir attraktiven Fußball. Reiseführer Aserbaidschan. Ja, Euroleague-Finale. Jeder hat Wünsche, Weihnachten. Das sind nur noch materielle Sachen. Das ist eine Entwicklung, die ist Wahnsinn, gesellschaftlich. Das ist Wahnsinn. Aber ich rege mich nicht auf. Fußfesseln. Hm? Für Pulisic und Sancho. Mehr Zuschauer. Also nur wenn noch Zeit ist, dann sonst. Ich wünsche mir Gesundheit. Einfach nur Gesundheit. Mir geht's gut. Ich wünsche mir nichts. Wo ist die Besinnlichkeit? Die ist nicht da. Ich spende meinen Wunsch an die Kickers Offenbach. Und was? Herr Morin. Könntest du Werbung für mein Getränk machen? Nee, ich habe schon einen anderen Werbevertrag. Das ist ja Entwicklung gesellschaftlich. Da mache ich sehr viel mitverantwortlich. Da mache ich sehr viel verantwortlich. Du gehst mir auf den Sack. Ja, schöne Bescherung. Schöne Bescherung. Ho, 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 ihr kleinen Wumser. Seid schön brav und abonniert Wumms. Und klickt noch das Date-Video Juve Real Madrid hier an. Und noch ein anderes tolles Funk-Video. Ho, ho, ho. So, wo bleibt mein Bier? Ja, das ist ein tolles Funk-Video.